Ich wünsche euch viel Spaß beim heutigen oder beim dieswöchigen Musik der Woche. Leider gibt es kein Intro vor dem eigentlichen Intro, wie ich das sonst immer so gerne mache. Wo wir uns ein kleines bisschen vor der Kamera auf den Arm genommen haben und uns ein bisschen blöd gemacht haben. Das war ziemlich witzig. Ich habe die Datei von unserem Intro einfach gelöscht. Aus Versehen, das ist der Struggle, den jeder YouTuber manchmal kennt. So meine Freunde, wir fangen jetzt mal mit was Lokalem an. Ja, jetzt haben wir jemanden aus Leipzig, quasi aus meiner City. Das Video heißt übrigens Chuck Chuck. Aber dann machen wir mal Play. Ich kenne den Track, glaube ich, auch noch nicht. Nur den mit Be Real. Ist das, ihr wollt, dass der Hund so übersteuert klingt? Ich denke schon. Oder vielleicht einfach nicht angepasst so in Spontanheit gefilmt, weil der Hund gebildet hat. Macht da jetzt so einen... Ich würde gerne wissen, wer hat das Video gemacht, wisst du das? Provokanteren Eindruck? Nö. Kann ich mir ein bisschen anders vorstellen, würde ich sagen. War der nicht... Sah der mal anders aus? Nee. Nee, der war schon immer so. Aber ich finde nur, was mir auffällt, dass die Stimme sich ein bisschen geändert hat. Die war früher, glaube ich, ein bisschen brachialer. Pusher, Pusher, hier sind Krosser am streiten. Jeder will glänzen, doch keiner will leid. Denn ich lasse dein Ego meine Fußnägel schneiden. Konyo, Konyo, bleib wie ich bin. Lasse niemand an mich ran. Mache mein Ding. Die sind noch hundertprozentig in den Staaten, oder? Ja, ja, glaube ich, in der Elmer und die auch. Weil außer Platte dir gar nichts hier bringt. Drei, eins, fünf, so klickt mein Kring. Ich feiere es, also sein Soundbild hat sich so ein bisschen geändert, so im Gegensatz zu den alten Songs, so. Omic zum Beispiel, da weiß ich, grüße an der Stelle, an Omic erstmal und an Unicard. 341, der kommt auch aus Leipzig, so, der hängt manchmal mit Omic rum, so. Letztens ist ein Track aufgenommen mit Unicard. Den Part hat der irgendwie Omic gezeichnet, die waren gerade unterwegs im Nova oder sowas, so, und schickt mir eine Sprachnotiz, so. Ne, sagt er so, Omic, feier deinen Part, du willst und so, und blablabla. Ich so, ja, ja, na, ich bin gerade mit dem unterwegs. Und ich so, ja, na, klar, mein Mann. Dann schickt mir eine Sprachnotiz, so, und Omic halt so, jo, Digga, ey, mieser Part, feier ich mies, Bruder. Komm, komm vorbei, bin mir mehr gefeiert, na, uh. So, dann habe ich mich jetzt gefeiert, so. Das ist ein cooler Typ. Das ist ein cooler Typ. Das ist kein Film, das ist mein Schweiß, denn ich spielte gerne Sagen ein Streich. 315, Primo, so heißt mein Gleis. So, so nice, oder? Einfach mit einem Primark-Pulli, so. Ich hab denselben Pulli zauber sein. Ja, 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 ja. So, Leute, ihr hattet alle Bock auf eine neue Challenge. Warte mal, ach so, in einer Minute, oder? In einer Minute, wer das schafft, ist meiner Meinung nach wirklich der schnellste Rapper der Welt. Das würde safe in die YouTube-Trends kommen, wenn du es schaffen würdest, 500 Worte in einer Minute zu ballern. Safe, Alter, dafür würde ich dir sogar, dafür würde ich dir sogar, bestimmt den gelben Schein, Alter, würde ich da bestimmt springen lassen, so. Ich kriege doch keine blauen Lippen, ey, oder? Ja, ja, das war schon schnell. Also, die Challenge steht so, ja? Die Challenge steht, ich sag dir, 200 Euro dafür, wenn... Ja, die Leute sollen entscheiden, ob ich das machen soll oder nicht. Da ist doch nur ein Jahr drinstehen, halt, ey. Mach das, mach das. Na ja, ich weiß nicht. Hashtag Fakt zieh durch in die Kommentare, wenn ihr sehen wollt, dass er 440 toppt. Ich würde gerne mal wissen, ich würde gerne mal so ein Video sehen, wie der darüber redet, so wie lange der dafür gebraucht hat. Viel mit Drohner. ich weiß schon wie es weitergeht so jetzt kommt gleich ein geiler drop so hoffentlich ja ich mach ich rapp also wenn dann rapp ich aus der sicht dass ich es gerne haben würde ist aber die meisten die jetzt hier gerade an start kommen so die haben es irgendwie alle schon wissen die zeigen im video immer dicke bünde und irgendwelche geilen beute so ist und ich denke mir jedes mal eine warum machst du eine mucke wenn du das schon hast du dann halt auch einfach eine dumme fresse und chill haltet die scheine im fokus denn es geht bald um den globus bruder kann sehen bei mir läuft und das so ich weiß noch wie ich damals so kann auch sein dass es so mein vorteil ist oder sowas ja aber ich war manchmal besser schon kennengelernt so ja ich war doch richtig cool drauf und ich dachte mir das ist richtig gekennzeichnet und auf immer machen die den mund auf und sprechen so richtig pures deutsch deutscher als ich so ich musste jetzt feiern das ist los ich dachte ihr kommt jetzt so eine kleine steigerung so der jetzt zum beispiel zum schluss in der hook ich weiß nicht vielleicht kommt es auch noch so aber in der hook so da hätte so eine weibliche stimme so noch so mit runter kommen müssen oder sowas so wie es bei unique manchmal ist das dann noch so eine zusatz wie sie eine geisterstimme oder so nenne ich die halt immer reinkommen oder so und die hook halt noch mal so ein bisschen abhebt so noch mal steigern lässt so dass wir fertig gewesen so wenn ich jetzt eine publik denke ich will geld ich will geld und ich hol es mir und die geldscheine sind für mich wie klopapier das ist jetzt so ein bisschen die etwas verständlichere young hohen-version finde ich so ich will geld ich will geld und ich hol es mir und die geldscheine sind für mich wie klopapier das problem ist bei solchen songs immer die da kannst du den größten scheiß drauf rappen aber irgendwie funktioniert trotzdem so ich wollte gerade sagen es funktioniert trotzdem wenn du das im safte in der disco im club hörn würdest du würdest nach dem zweiten mal so mit ab das ist halt eingängig und es geht rein und es funktioniert einfach der löwe zwischen den pavien fressen ab heute müsste mich mit abjahn sprechen hier treibt leut ketten armbänder junge ich trage spie und die stimme hat was eigentlich stimme ja die hat also die ist ja die ist nice die stimme so aber an die erinnert mich an 5000 andere stimmen wie der pate sitzt am armen gehinten im café mit elikan und das schwarzen tee trinken mir liegt ihnen auf der zunge mir liegt ihnen auf der zunge der genauso klingt aber dessen namen mir kann ich hier auch nicht ich habe tausend stimmen im kopf das ist schon eine miese brise also sag uns mal bitte wem du kopierst von wem hast du die stimmbänder wir wissen dass du ihn kopierst du musst dich irgendwann ich weiß nicht so ich denke gerade so in die bushido richtung und sowas so und weiß ich nicht ist das nicht alibu maillet also so ein bisschen die stimmlage ja ja das ist nicht alibu maillet hast du abgespeckt digga ja man das klingt so krass ja aber es klingt nicht schlecht also klar ich finde es auch nicht mehr ich von ali höre desto besser was ist das für ein video alter man wird irgendwie high nur von diesem video habe ich das Gefühl naja ich glaube kollega will einfach zeigen dass das so eine scheiße zu produzieren halt einfach übelst einfach ist ganz zum schluss meiner videos kommt ja entweder immer was lustiges oder was absolut unterschätzt ist und ich glaube das können wir auf jeden fall in die kategorie unterschätzt einordnen oder aber geil ist auch der mietproduzent classic der dicke klingt geil alter muss ich jetzt mal so ein schöner kopfnäcker ne krass das ich nicht mit mich ich habe eigentlich noch ich denke ich will mich boobies also gerade diesen nicht boobigen boobie also ich finde ich muss ich sagen ich finde gut hat ein abo von mir verdient ich bin 6003 kopf nicht schlecht mache ich so den hier ich danke dir dass du bei dieser ausgabe dabei warst wenn ihr wenn ihr sehen wollt dass fakt die 500-worte-challenge anpeilt hashtag fakt zieht durch und wenn ihr wollt dass fakt öfter mal in diesem musik der woche zu sehen ist dann möchte ich hashtag bauchnabel das ist ein insider zwischen uns beiden aber hashtag bauchnabel und wegen macfit ihr müsst mich ein bisschen motivieren ich gehe jetzt seit drei wochen wieder trainieren wenn sie noch hast du fährst 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 und wenn dir das nicht passt sagt dem ist da wo ich wohne